Hallo und herzlich willkommen zu Troubled in Terrace Town. Ihr solltet euch nicht wundern, wenn es einfach in Runden losgeht, denn ich nehme einfach am Stück auf und schneide dann an Anfang und Ende, so bei ca. 15 Minuten jeweils, wenn das so mit den Runden passt. Also viel Spaß und gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das gefällt. Ich kenne die gar nicht. Ich finde die ist so hässlich, einfach nur. Ach, die sieht ja schön aus. Uh, schick, schick, Ted. Ted hat auch mal eine Map gelobet. Jo, die ist eigentlich mal was in die Fresse. Jo, da ist er. Und eine Ladung ein. Ich finde die ist so hässlich, einfach nur. Die ist auch irgendwie. Die ist irgendwie tobel. Rüchtet euch. Die Straßen der Terren sehen aber immer besser aus, als was sie ist. Ja, das stimmt. Mit den riesigen Eisenpörlern. Ich fand die sahen toll aus. Kannst du bitte abhauen, wer ist sie? Die kommt drauf an. Mal gucken, ne? Ja. So, wann ist denn die, ist denn auf der Map nacht? Ja, scheint so. Das ist so ein anderer, wenn sie sich los. Bitte hau auf. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Da fängt er direkt aus, schießen. Ted. Oh Gott, hier ist irgendjemand gestorben. Direkt hier in der Nähe. Ich glaube, da hinten war es direkt. Vorne rechts um die Ecke. Fox. Ich sehe dich. Ja, ich habe dir doch gesagt, hier vorne rechts um die Ecke war das doch. Bist du ja nicht taub? Nee, will ich mir luken? Hier liegt einer. Ich sehe dich da auf der Straße. Ich habe mich da nicht genau luken lassen. Wo ist er? Ja. Ach, das ist Stefan. Der Detective. Boah, ey. Hang grad nicht. Der hat hinter dir. Aim des Jahrtausends. Ey, Fox schießt auf mich. Nein, ich wurde von Stefan getötet. Du wirst von Stefan getötet? Ja. Soll er auch mal vorkommen. Stefan noch mal stehen bleibt beim Schießen. Auf einmal habe ich mich voll erschrocken. So, hä, was? Oh, ein zweiter Traitor. Toll. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich habe nicht mal. Ted hinter dir. Ted wollten wir nicht eigentlich was anderes machen, wenn wir weiterfühlen sind? Die Silence M4 ist richtig scheiße. Das Ted hinter dir hatte mich etwas irritiert. Das war ziemlich witzig, weil Luke direkt neben ihm stand. Und Luke ignoriert einfach, dass Ted die ganze Zeit da wilde Brüder am Brumballern ist. Ja, man hat es ja nicht. Ist ja eine Silence. Wenn er das nicht gehört. Ich habe es gehört, aber ich habe nicht realisiert, dass es auf mich lacht. Ich habe erst mal in der... War ja auch nicht, weil ich habe die ganze Zeit auf den Kollegen Detective geballert. Ach ja. Ah, ich werde angeschossen. Apropos, ich bin Detective. Also Ted, weg mal. Ich wurde angeschossen. Hallo? Ich habe angeschossen. Hallo, Ted. Von wo? Was wolltest du gerade machen? Ich habe nur geguckt, es kommt noch jemand in den Turm rein. Ne, hier vorne ist neben der Turm jemand erschossen worden. Ich habe glaube ich gerade einen Traitor getötet. Ted, was hast du hier hingelegt? Ted, hier neben der Turm ist jemand erschossen worden. Hallo? Oh, lol. Dennis ist tot. Äh, womit? Habe ich nicht gesehen, habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Dann guck rein. Luke hat doch gerade irgendwie gesagt, er hat einen Traitor getötet und dann wurde er erschossen. Das ist der letzte wahrscheinlich dann noch. Oh ja, er kriegt. Stefan. Achso, hätte auch gar nicht viel passieren. Ja. Okay, da könnten wir uns ja... Er hat gerade auch mich geschossen. Stefan hat gerade auch mich geschossen. Man, wo ist er denn? Soll ich auch noch ein bisschen in Urlaub? Irgendwo oben bei den Bergen. Boah, ist die Weltkacke, da muss doch nicht viel klettern. Ja, genau. Doch eine Runde Urlaub. Oder wie sieht es aus? Ja. Ganz entspannt. Machen wir uns ein Haus? Ja. Oh, ist das eine Kackmetsch, Alter. Ja. Wer hat denn die ausgewählt? Ich glaube, das war jemand, dessen Namen auf Ed endet. Loll. Aber du kannst auf den Kies wegen, kannst du nach oben gehen, ne? Ja, ich weiß. Oh, ich hab das geschossen. Oh nein, das bist du. Sorry, sorry, sorry. Ja, ich hätte doch gerade schon fast auf dich geschossen. Hä, der ist... Der muss hier sein, irgendwo. Du hast halt einen Teleporter. Nö, die Rundenzeit ist nur ein bisschen lang dafür. Weil, der war auf jeden Fall hier oben auf dem Berg. Normalerweise würde ich ja sagen, vielleicht hat er hier eine Bombe gelegt, aber das war Stefan hier. Ja. Wir sollten aber einfach zusammenbleiben, sonst müssen die Träne. Ja. Warte mal, hab ich noch Punkte? Hab ich überhaupt was gekauft? Nein. Aber wir haben einen Trailer-Torch, deswegen kannst du auch noch was kaufen. Kommst du hin? Gut, das war's nicht so. Warum fliegt die in meiner Luft? Das Witzige ist, ich stand die ganze Zeit hinter Basti und er hat die Snipe. Ich hab oft gewartet, bis er einen angeschossen ist, dann war er tot. Stefan, warum guckst du erst so? Ich hab doch am Anfang gebrüllt, ich werde angeschossen. Ja, ich hab's dir gedacht, das ist nur so aus dem Joke. Stefan kommt da hoch, guckt erstmal, oh, die heilen sich. Wie nett. Ja, genau. Das freut mich aber für die. Stefan hat mich aber angeschossen, als ich gerade beim Heilen war, war das nicht ganz so... Ich guck so, oh, guck mal. Da ist er ja. Ich glaube, du kannst bei C auch Bomben und so'n Liss kaufen, ne? Und ne... Ah. Ein oder zwei Trailer? Zwei. Zwei Trailer. Jetzt, wo du dazugekommen bist, sind's zwei. Oh Gott. Nur wegen dir. Nur wegen dir. Das wird lustig. Ich bin Detective. Was ist dir stehen geblieben? Zwei Trailer. Wollen die mir etwas voll Kacke. Ach was. Ich hätte dir ausgesucht. Au. Ich bin runtergefallen. Also nicht wundern, dass ich Schaden habe. Ich hätte etwas so schaden. Ah, der ist angeschossen. Ich habe die Turm angeschossen. Ich bin nicht hängelnd. Ich bin auch noch am Leben. Da ist der Monge, der steht da. Au, ich wurde angeschossen. Ah, ich werde... Das ist Dennis. Dennis ist da. Dennis ist auf jeden Fall Trailer oben auf. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Ja, oben bei der Lampe. Ganz oben auf dem Berg. Da ist noch jemand neben ihm. Hä, wo ist der denn? Wo ist der denn? Auf so'n Berg? Auf so'n Berg? Na, oben auf dem Berg kommt, Ted. Du bist es doch. Ted, wenn du dich schon so verhindert fragst, ne? Wir waren doch vorhin jetzt zusammen auf dem Berg. Ted? Äh, du bist es doch. Weil, scheiße. Ah, ah. Die. Der Wald ist echt voll kacke, ne? Da kommt einer angelaufen. Mal gucken, was wir so alles kriegen können. Du gelaufen, ne? Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Das ist richtig kacke, Fox. Dennis ist tot, wer hat denn der Chance... Ich hab Angst. Ted, warte mal bitte noch 20 Sekunden. Kein Problem. Liegst du irgendwo ne Bombe, ne? Quatsch. Das wär ja nicht so, als wär ich nicht... Das wär ja... Der hätte hier Punkte verarmen müssen. Wo soll ich den denn wegkriegen als Innocent? Mhm. Mhm. Ich hab den goldenen Block gefunden. Ja! Was machen wir? Ich hab den Trait-Tester. Hi. Iiiiih... Jetzt mach er mit ne Runde. Campinghafen Nein! Ähm, man darf die goldene Desert Eagle keinen Traitor geben, wenn Traitor die goldene Desert Ja, wieso soll ich ihm die geben? Ich hatte die! Ja, aber wenn du zum Beispiel so sagst, ach ja komm, ich vertraue dir, gib dem Traitor eine goldene Desert Hätte ich auch nicht gemacht, eine goldene DÖ De goldene DÖ Mitte Wie witzig das Oh, wir hauen ganz viel Waffen Ander Stefan, gib mal 1.000 Waffen dann Ach, das ist doch sehr witzig Was heißt sehr witzig? Wir sind immer noch preparing Auf diesen scheiß Berg, ne? Äh, was heißt Berg? Auf diesen Wald, Alter Ich meine, einfach oft in einem Wald keiner schießen kann Ich bin innocent Ich bin innocent Stefan und Ted Schnell angeschossen Wo schießt da einer? Metal Okay, Metal Ähm, und einer, oh Scheiße Basti ist noch da? Ach, leck mich doch Ich bin einfach, ich bin einfach hektisch nach hinten gelaufen, Alter Da hab ich runtergefallen Ich hab' ich und Basti Ich hatte leider nicht, ich hatte nicht den Schurz nehmen müssen, hätte ich beide weg gemacht Ich sag' bloß Aber schön, dass du für Ablenkung gesagt hast, Basti Das war eine schnelle Runde Ja, leider Aber es wird ja schon 70 Cent warm von der Softbox Aber die Softboxen sind noch voll geil Ja, ne? Brauchen wir keine Heizung mehr Ne, so warm fand ich die gestern gar nicht, oder? Ja, wenn man sauber 20 Centimeter direkt vor der Fresse hat, dann geht's eigentlich Metal ist bei mir Ich bin Detective Metal, Metal Ich seh Stefan Und da oben schießt er leider gerade mit einer Schrotflinte Ähm Wo schießt der denn schon wieder? Habe ich echt? Jetzt ist er mal in Ordnung Ja genau, Luke Metal hat mich angeschossen Ich hab' nicht gehört, dass Basti was gesagt hat Oh man, ihr schießt so wieder, Leute Gar nichts mit Hä? Wer ist es? Hier, kannst mich töten, wenn du willst Ich hab' eh nur gekillt Aber... Ich bin's nicht Wer ist denn noch da? Ich bin noch hier Okay, einer chillt da unten, äh, in dem Wald Ja, da tue ich doch immer Waffe ich wieder meine Waffen nehmen, oder? Nein! Hahaha! Diese scheiß Mann! Ich hab' schon wieder... Ich hab' schon wieder da runtergeschoben Ist doch recht unfähig, der Typ Wer ist nochmal bei der Malkoff und wird immer hinten ins Wasser gefallen War ich? Ja, also Ich gilt halt Scheiße Ja, pass auf, der Schliff an dich nicht kriegt Häh, Alter Das ist egal Ja? Ich glaub' Luke ist es Irgendeiner von euch beiden ist es Ich glaub' Luke ist es Nein! Einige Z-Leiche! Alter, wieso spricht der euch immer runter? Wollen wir die alle immer lachen? Nein! Stefan, Alter! Stefan, Alter! Wo war Schett nochmal? Äh, schreiben? Oder labern? Schreiben ist auf U. Alles still, du! Duuuuuck! Ich glaube Stefan ist es! Ich glaube Stefan ist es so leer, ich bin in der Zeit, 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 ich bin in der Zeit. Könnte man da hin? Was ist das? Oh, Luke! Einige Tests! Schmetst du dir? Sie hat dein Tests mit dir rum? Nein! Heiligen Rohrache! Was ist das denn hier? Entschuldigung, ich kenne die Map nicht! sollen die toten stimmen dir helfen machte du bist zweimal an dem durchgang vorbei gelaufen ich habe schon gedacht ja gehen das enge loch das enge tiefe schwarze versuche es reinzukriegen leute sechs minuten ich glaube es nur unten rum ich gehe nie wieder auf den berg weil ich war dein kollege ich hab's gesehen okay ich brauche direkt runter ist noch mal die taschendampe deswegen habe ich dir extra nicht angemacht ich hab's auch gemacht dass luke die anmacht ja ich die angemacht ich hab die ganze zeit tauschenlampe anhaben das ist so ein unorthodoxes benehmen aber das könnte einfach daran liegen dass er nicht so oft gespielt hat das stefan das ist und vorbereitet in spiel rein einfach mal rein immer noch innocent hier ist jemand runtergefallen Dennis du bist doch wunderschön Dennis wahrscheinlich wegen lag du lagst grad auch ein bisschen hallo ah ähm hier Basti ich bin mir mit der Narbe nicht eingefallen was ist das für eine scheiß Waffe was ist das für eine scheiß Waffe